Du hast das Metall weggepackt, was du dabei hattest? Ich frage nur, ob du das Metall weggepackt hast, weil es auch so viel ist. Das dauert aber auch mit dem Dünger, oder? Das dauert ein bisschen, aber dafür hält es auch gut. Das, 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 das... Das sieht doch ganz gut aus. Ich habe ja zwei Dünger rausgenommen. Ich habe schon die Pflanzen gesteckt. Aber die arbeiten jetzt alle voll, das ist gut. Hier kann man auch durchschauen. Wo? Hier hinten. Ich habe ja gesagt, so einen kleinen Notausgang. Ich glaube, kleine Dinos können... Aber die sind nicht so schlimm. Wenn du so einen Alpha-Raptor hast. Ja. Dann lass mir sowas einfallen irgendwann. Ja. Ja. Von außen... Oder von außen kommt einfach nur einmal... Oh, das sieht schon mal gut aus. Wollen wir das noch schön hochziehen? Irgendwann, ja. Ja. Erstmal zumachen. Erstmal einmal den Ring haben, oder mal gucken, dass wir vielleicht mal... Ja. Dass ich eine Höhle oder so mal finden. Genau. Wir müssen noch mal Eisen haben. Gut, dann müssen wir weiter. Dann müssen wir noch mal unsere Dinos starten. Und noch mal schnell bauen. Noch mal kurz was trinken. Oh, ja. Ja, wie viel werde ich denn brauchen? Zehn noch mal. Minimum. Was mal... Was mal mehr haben, ist ja nicht schlimm. Also, kannst du abschätzen ungefähr. Also ich vermute mal, dass wir sowieso hier rüber müssen, also... Ja. Weil hier ist ja diese scheiß Steinkante. Und wenn du hier hinten ganz hin gehst... Hm. Warte mal. Guck mal. Hier geht die Mauer hin. Wenn wir Pech haben, kommen nämlich hier hochgesprungen, die Viecher. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eher hier hinkommen. Irgendwie hier so. Da werde ich dann von hier hinten anfangen und dann irgendwie da rüber gehen. Kannst du auch machen, ja. Genau. Ne, da mach ich... 15 vielleicht. Ne, 15. Ach, ok. Wahrscheinlich sogar schon zu viel. Ja, weil es zu viel ist ja nicht schlimm. Ne. Hat er jetzt Aua gemacht hier? Ne. Oh, heiß. Ja. Jetzt müssen wir uns vielleicht wieder ein bisschen weiter rechts glaube ich halten auch. Wenn wir am Wasser sind. Weil wir schon längst ziemlich viel weggenommen haben. Wenn ich zu viel werfeieren möchte... Raaaaaah! Raaaaaah! Hast du schon wieder einen Dodo getötet? Ja. Geine Lise war's. Du hast aber den Befehl gegeben. Ich habe nur angeguckt. Jaja. Stroh. Holz. Ja, lieber Axe, geht doch kaputt. Du Sau. Boah, ist das heiß ey. Ja. Wir sind aber am Buzzer hier, glaube. Ja, fast. Kann man mal reinspringen. Hält ja nur nicht lange vor. Ja. 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 Ich brauche Holz. Ja. Kriegste von einem Baum. Ja. Gut. Ich brauche Stroh. Toll. Ey, nur am Arsch der Welt hier ey. Das ist so ein Klau-Film. Das ist so ein Klau-Film. Das ist so ein Klau-Film. Okay. Das ist so ein Klau-Film. Oh oh. Wasser. Ja. Achso, brauchst du? Bald ja. Ja, ich auch bald. Das war so klar. Ich muss mal zum Wasser gehen. Willst du mit? Ja, warte. Wo bist du denn? Hier. Ja. Ja, da. Okay. Ja. Ja. Hier kommen wir noch nicht runter. Nee. Ja. 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 Ich darf mal ein bisschen Holz mitnehmen hier. Ja, ich brauche auch Holz oder? Oben war ein guter Stein. Da hinten. Das brauche ich jetzt wieder. Ja, hier hinten ist ein Hammer. Das haben wir viel. Also wir zurück. Oh ja. Da kriegt man ja Rücken hier bei den Gebückeln immer. Ja, hat schon was, ne? Ja. Ja, ist schon, ne, was anderes. Ich schicke mit Stroh, dann nochmal. Deswegen sammelt ich mal ein bisschen mehr von den beiden Holz und Stroh ein. Ja. Ah, geht die Axt schon wieder kaputt. Alter. Jetzt fehlt mir Holz. Ah, lecker mio. Und soweit ich das gesehen habe, ist hier fast kein Holz. Beim Wasser dann wieder. Ach, nö. Echt? Boah, was. Ja, hier gibt es auch Stein. Auch da, ja. Ein kleines Steinfeld, ja. Ja. So. Das ist schon. Das war's für heute. Das ist mein Haufen. Ich war da zuerst dran. Ich hab den aber angeleckt. Das ist mir egal. Das zählt nicht bei Stein. Ne. Oh. Was hab ich denn jetzt befehlt? Was denn? Ich hab gepfiffen. Ich weiß auch nicht, was ich da gepfiffen habe. Bei mir hat sich nichts verändert. Ich hab gesagt, die soll nicht mehr folgen. Jawoll. Gib mir Stein, du Sau. Oh ja, Alter. Das war auch ein großer Klumpen. 170 bis jetzt. Holz, wa? Ne, Stroh. Ich bin bei 14. Was? Äh, Podesta. Okay. So, einer noch. Ich muss mal gucken hier. Zehn Mauern bräuchte ich noch, ja. Oh. Was? 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 Ich hab mich noch nie gekillt. Ein Dodo. Ah. Ich tu dir jetzt mal bei dir hier rein. So. Noch sieben Wände. Soll ich auch noch ein paar machen? Ja, ja. Ja. Ja.